Einer glaubt, dass er nicht geprüft wird. Kann es sein, dass es nur nicht mehr? Derjenige, der so glaubt, der muss sein Iman erneuern. Das ganze Leben ist Prüfung. Allah sagt, Er hat euch das Leben und den Tod erschaffen, damit er prüft, wer die beste Tat bringt. Und deshalb, jeder von uns wird geprüft, dass er selber sagt, ich werde nicht geprüft, der hat keine Ahnung, diese Person. Reichtum ist Prüfung, Arm sein ist Prüfung. Kinder sind Prüfung, ohne Kinder Prüfung. Frau ist Prüfung, Mann ist Prüfung. Alles ist Prüfung in diesem Leben. Deshalb, diese Person hat nicht verstanden.